Wo muss das, Digga? Wo geht's hin? Oh, ich hab noch gar nicht geguckt. Hab gerade mal noch mal einen Livestream angemacht. Ich schlawine. Na, hoppas. Ach, paratisch, Digga. Da gewonnen. Nur für den Livestream? Alter, das ist dein fucking ernst, Digga. Ich stell mich schon die ganze Zeit auf Sturm. Ich stell mich schon die ganze Zeit auf Sturm. Ja, ja. Das war nicht gerade. Oh. Raus. Hier ist es nicht so wie bei Blackout, ja? Also mit den Fallschirmen und so. Ja, ich hab schon mitgekommen, Alter. Alter, unter mir sind zwei. Ist das erste Mal, dass ich auf vier spiele? Auf der vier? Nein, aber nicht. Pst. Pst. Ja, der ist der Spiegel. Ist doch der Spiegel. Ist doch der Spiegel. Ist doch der Spiegel. Alter, guck mal nach hinten, Jure. Oha. Alter. Ah die wollen alle nach rechts Ja die zischen alle nach rechts Ach du Scheiße Hat er dieser Dino Park oder was? Ja das Dieser Dino Saurier Park Scheiße Das ist immer so Ist so Ist so der Bahnhof von PUBG kann man schon sagen Ja Ich hab schon verschießt an dieser Art Ich hab ne Uzi Ich hab ne UMP und ne Schrot Und ne Weste Ich hab auch ne eine Auf jeden Fall schnell Alle Tiere und Familie Kits und so Ja Sonst hat sie nicht Oh Ach Scheiß mal auf die Schrot Alter nehmt doch die KfG36 Im Jeep Also Könnt man ne Rein bricht Zone Zone Ist irgendwie überhaupt Zone Nö Ne Was sagt er Baumpolster Yo 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 Erstmal wo ich nen Sniper die haben Scheiße Ich hab keine Dings mehr alter Keine was Platz mehr Platz mehr Ich hab nur genug Platz Ich hab nur genug Platz Oh 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 Geil Ich brauch den Bankpolster und den Führerskorb Nö Back Bei Ne Ich hab nur SKS Digga Ich hab nur SKS Kaput Nee Komm da Wolle ich Trittsag Ich hab ihnen einen Rucksack Hab ihn Hast du ihn? Oh, komm hoch. Na klar, bin da. Ja. Brauchst du bestimmt auch einen Kompensator? Nee, brauch ich nicht. Hab ich. Ich hab schon mal Lust, Alter. Ja, äh, dieser Griff. So, ich bräuchte auf jeden Fall eine gute Zweitwaffe jetzt mal so langsam. Und nicht nur OMP. Geil, danke. Die werde ich auf jeden Fall nehmen. Nicht. Basti, ey. Ey, meine Muni, geh weg. Ich war in der Weste? Ach so. Oh, wer hat das denn Muni? Ja genau, musst du nochmal reinnehmen, da war auch. Eben Wollte? Holowesie, das wär gut, Alter. Okay, nö, die ist so beruhig. Da warst du ja schon in den Häusern. Ja, da hinten war ich schon. Wollen wir hier schon drin? Was abzischen. Klar, Volk. Ja, hier in so einem blauen Haus hier ist Fred, oder? Ja, gleich direkt drüber. Ich war weit weg hier von dem scheiß Kinopark. Alter, dem gibt's sogar Vulkan, Alter, guck mal. Oh mein Gott. Gibt's in Sizilien auch, Alter, da ist auch ein Vulkan da, wo ich hinfliege. Ah, da ist einer bei mir, vor mir. Ich hab gesehen. Grüne Haus, 105. Zwei Stück. Ja. Ah, geil! Mit dem Kopfschuss. Pass auf, der ist rechts von dem braunen Ding. Ich geh links lang. Ich geh links lang. Ach, fuck. Ich geh links lang. Hier, an der Mauer. Der ist links lang. Sauber. Der... Jetzt kommt raus. Guck dir. Nein, bloß noch mal. Nein! Ah, shit, Alter, shit. Schade. Und ich war im falschen Zoom, Alter. Ich hab aus, was ich in L2 drückt, statt L1. Scheiße. Ich hab mit nem Uzi eben, Alter, Junge. Ja, die Uzi ist badass, Digga. Der hatte... Krass. Der, der mich geholt hat, der hat ne Uzi mit Scheidelämpfer gehabt, Alter. Oh, das ist mies, Alter. Das ist richtig mies. Man, wie gesagt, Alter, ich hab mit ner Uzi ein ganzes Gegner-Team gefickt, Alter, schon. Vierer. Na, auf Distanz ist die übelst gut, Alter. Na, nicht mal auf Distanz, Digga. Ich hatte einfach mal die Hype-Position gehabt. Also, die konnten... Die mussten zu mir hochkommen, wenn sie mich haben wollten. Und das halt nur über der Treppe. Das ist gemein. Naja. Es war übergut. Und... Die hätten mich ja auch alle gekriegt. So wär's ja nicht gewesen. Wären die alle zusammen reingegangen. Ja. Na, sonst die müssen wir nicht tun ganz ordentlich. Ich kann die langsam reingegangen. Ich kann die langsam reingegangen. Die eine ist wieder so zärtlich hochbestimmt. Hm. Die eine ist aber voll leise. Die eine ist leise? Nein, quatsch auf die jetzt halt. Du bist leise. Ich bin entspannt irgendwie. Hm. Wir sind im Dinopark. Ich hab ne Eintrittskarte. Hu hu hu. Geil. Warte schon nochmal hin. Der Schneebel auf die Eier des Dinos. Alter. Komm her. Die hat nichts an. Komm her. Die hat nichts an. Warte. Die Fatze. Boah. Ich... Ähm. 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 Erstmal Schluck nehmen. Ähm. Die liegt dabei. Hm. Mh. 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 Ich bin mal hier links raus. Warte mal. Bäh. Mach hier einfach. Ähm. Lass mal hier raus. Hm. Komm her. Komm her raus. Ja. Und auf der Map ist auch schon mein Chicken-Dinner geholt, Alter. Der ist. Ja. Ich musste am Ende sogar nicht mehr machen, Alter. Da haben sie später gegenseitig ausgenommen. Ja. Das ist ja so richtig geil, Alter. Willst du da? Wir stehen gucken. Was machen die denn da? Ist noch ein dickes Zoom drin, oder? Ne. Ich hab die ja noch nicht mal gesehen. Ich wusste ja nicht mal wo die waren, Alter. Die waren irgendwie unter mir. Aber ich war in so einem Bus, Alter. Hab mich halt versteckt. Und hab halt wartet. Oh, ne. Ganz unten da geht jeder hin. Schon. Müssen wir halt nach vorne. Wollen wir abdrehen? Wo bist du? Ja. 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 Geh da hin. Ja. Ja. Da sind dann wischen. Ja. Ja. Geh da hin. Ja. Ja, geht da hin. Ich geh in das erste Haus hier, wo du dann auf dem Dach fassst. Ja, geht da hin. Ja, geht da hin. Ich bin draußen gleich vor meiner Hütte. Oh, ich kann nicht. Ah, Alter, was? Wie ein Geschenk, Alter. Hat mir einfach jemand vor der Tür packt. Ja, moin, Digga. Gibt man sich hart, Alter. Übelst. Ja. Ich muss den Nachladen, Alter. Hm. Oh, Schütteln weiß, ja? Man kennt sich ja sonst nicht. Was? Schütteln weiß hast du sehr, man kennt sich ja sonst nicht. Ne, die ist alles nicht. Ne, die kannst du liegen lassen. Ich glaube, das ist schon ein Schalldämpfer. Falls du einen MP hast, hast du einen Schalldämpfer für einen MP. Ich hab nur MP und eine UC. Ja, da ist auf jeden Fall ein Schalldämpfer. Wo? Äh. Hier vorne, im Haus. Ach, sie gerade. Ich glaube, daneben lag der Schalldämpfer von meiner K98. Oh, ein 6er Scope. Ja, moin. Ja. Ne, die scheinen auf alle wirklich mal viele Uzi hat. Oh, nur für Uzi. Oh, nur für Uzi. Wir dürfen wirklich was geiles für den Lehrer. Hier ist ein Rucksack. Oben am Balkon. Uh, ja. Weiter. Wo ist der schein Rucksack? Ja, musst du rechts gucken. Ja, ich sehe gerade. Ja, halt gesagt. Ist doch nur um MP. Ich bin schon voll. Mein um MP auch gleich. Oh, schön, Alter. Oh, Wagen. Oh. Mein Kf90 ist auch voll. Weiß ich nicht. Ich hab das noch gar nicht geguckt. Ich springe durch das Fenster. Ne, ich springe durch das Fenster einfach. Sehr einfacher. Wird noch sicher im Sack, ey. Ja. Was mit dir? Hm. Wartig die nicht. Ne verfickte Waffe, Alter. Ich lass da aus. Und, liegt da ne UMP oder nicht? Ja, UMP und Uzi hat ja schon. Achso. Ich brauch ein Stopi-Bär, Mann. Ich brauch ein Stopi-Bär. Ich glaub die K. Und du kannst, wenn du Munition hast für die Dings. Boah, das hab ich erinnern. Ja, für die AK denn. Gib mir die UMP oder so. 20 Schuss, Alter. Ja, ja, gut. Ne, bald mal meine noch. Ja. Boah. Warte, ich check die Zone hier. Schau ihn mit der Uzi ab. Warte. Safe. Mit der Uzi. Ohne Aufsatz. Ich geh alle. All safe. Wir haben können. Geh rechts in der Taus drin, ja? Ja, geh hier in der Gelbe. Heusch-Brüte. Hier sind zwei Auksack drinnen. Da war der Magazin für deine Uzi. Alter, was ist das denn? M24. Die gibt die sogar besser, wa? Ja, gib die mir mal. Ja, gib die mir mal. Hier, ist bei mir. Komm rüber. Und die 4er-Sunde versteck ich mal schnell in meiner Tasche. Ich hab nen 6er. Was legst du denn da hin für? Was ist die Wache? Meine Karten, ne? Ja, meine Karten. Ja, glaube ich. Ja, die Scheiße. Boah, fuck, wann leg ich den jetzt weg? Was bald denn jetzt? Die Uzi oder die UMP? Oh, die Uzi ist weg, glaube ich. Oh, ist weg. Ey, die Waffen hier mal krass haben. Jo. Oh, mein 4er-Sunde braucht meine K98. Komm mal hin. Jo, die M420 ist das voll ausgerüstet. Ich hab, ich hab ja da weiter ein Magazin dafür und so. Oh, geil. Ich warte, ich warte gerade. Der rausgegangen ist. Ich hab ne Bratpfanne. Ja, mach mir mal ein Spiel rein. Okay. Der 4er-Sunde ist übel zugegangen. Ich kann auch immer noch eins sehen. Was war das denn? Boah, ich muss den Nieseln. Komm, ich nehm die UMP. Oh, schon wieder Nieseln, Alter. Fuck it. Ich geh in Haus weiter. Mach das. Oh, was ist denn hier mit den Spenden, Alter? Spende ich hier jetzt auch jemand mal ein bisschen Taschenleid oder was? Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das ist ja gar nicht drin. Okay. Geil. Button. Ich weiß nicht, ich hab ne M416. Wat? M416. 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 ich hab jetzt die ump drin ump und die m24 mp der schalldämpfer und ganz her sonst ich gehe nebenan ins gelbe graue haus aber das so zieht es ist noch ein bankpolster sollte die mitbringen oder ja ich glaube die noch schnell den bankpolster ich hatte dennoch eine erweiterte schnell abmagazin für dich für jetzt hast du mir meine verbände mitgenommen verbände ich habe genug schuss auf jeden fall 211 für die m24 und 250 für die ump ja das reicht locker aus digger ja auf jeden fall mit meinem m416 habe ich aber nur 3 magazine ja davon habe ich jetzt keine munition ich habe nur 762 und 9mm von links kamen wir von rechts kamen wir ja 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 Quasi Hör ich aber keinen Oh alter Perfekt Was für Schmerzmitte? Nimm das mit Hier Nichts da Scheint einfach für eine Handfeierwaffe Okay Ja hier bei den Häusern waren welche Ich glaube ja Oder wo wir markiert haben genau Scheint einfach für eine UMP Aber direkt vor uns müssten auch da welche sein Wir sind ja auch schon ein paar Meter weiter gelaufen die Jungs denke ich Aber Ah Mach mal was komisch Digga Ich denke Ich denke Ach nein Ja ja Ein Start Überholen schnell weg Alles klar Digga alles klar Ah Okay Oh mein guck mal Luft vertönt zu Oh 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 Ich traue diesen Frieden irgendwie nicht Ja wie gehst du dir gerade ein bisschen hin? So ruhig So ruhig So ruhig Oh 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 Nein Oh Stell ihn da Wer macht mir jetzt mein Curry? Oh Ja Warten wir auf die Zone Warten wir mal hin ist einer 215 vor mir 210 und der kommt gerade zu uns 220 an der hütte sehen jetzt nicht mehr wir sehen überhaupt nicht im wiki wirst du noch niemals sehen ist ein bisschen weiter runter vom berg und nicht weit weg ok welches haus 220 215 in der tausende kaputte aus hütte direkt der kommt gleich hoch weiter und auf das links von dem haus war zu sehen ich habe mir auch gesehen ist das hinter hinter mir oder zweiter wartet jetzt wird er kommt auch gleich links jetzt nicht mehr ich sehe gar nichts mehr der innen ist hinter felsen da verschwunden ganz unten höchstens am haus ja genau wegen der zonen die kommt ja auch jetzt gleich ja trotzdem nicht in der zonen das hauswärts ohne mal links wo diese fußspuren zu den häusern gegen die hinter uns achten der erste hauswärts kaputte die kaputte scheine 210 da drüben lang da ist dahinter hinter dem haus oder da drin naja ich habe ein bisschen visier da steht ja wenn du kriegst ja dann schieß da ist rechts lang jetzt der ist jetzt 200 südwesten ja ja ich werde geschossen von hinten hinten hinter uns glaube ich ja ich weiß gerade nicht wovon von hinten ja kann ihr mich ah nee nicht in oh fuck das hier ist ich komme nicht von hinten wo von denn ich bin down ja tot hä wo kam denn oder von dem haus ja von hinten kam die ach ja ja rächel mich dicker rächel mich mach ruhig mach ruhig ich bin da 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 ich hatte keine granaten alter ich wollte ja selber hinschmeißen hast du gesehen wie verkackt er eben alter ja das ding ist aber das ding alter darum springen und er trifft mich einfach nicht richtig schlecht alter aber ich habe selber nicht besser gezielt mit der ump ja naja der war aber alleine alter ich sage dass die schüsse von hinten kam du kannst ruhig auf mein headset vertrauen digga ich habe nur gesehen deswegen dachte der andere der zwittertyp von den typen geschossen habe damit da irgendwo im hause oben weißt du der hätte ja auch sein können war jetzt meine vermutung aber war wohl falsch ne digga das ist ja in 3d sonst hast du ja alles in 3d wenn die schüsse mehr von hinten über dein headset kommen dann kannst du dir sicher sein dass der typ hinter dir ist das macht doch Sinn hehehe weil ich habe es ja gemerkt wo ich dann in seine richtung geschaut habe und die schüsse kamen waren ja sowas von klar die schüsse könnte ja nur von da kommen headset bruder headset regelt boi hehehe hehehe ok komm zurück zu einer neuen dramatischen folge Resident Evil 2 das Remake ach man nein nein was macht der denn hier schau los ach ne ey das neue Resident Evil alter oder der Remake Resident Evil 2 das Spiel sieht übergut aus ja ja und Stück Käse alter mhm nur Stück Käse hehehe ich freue mich schon über Tremsen auf Sommer alter auf mein Flug 5oh 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 6oh 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 15hi 5position 12 Ja, die Haare, ich hasse Locken, ohne Witz. Weiß nicht, ich hab das nie so gefeiert. Die sind so weich, Alter. Damals bei Charlie und so, ich fand diese Locken, die haben beim Schlafen immer so übertriebs gestresst. Immer. Weißt du, Kusch jetzt gerade mit deiner Freundin, so weißt du, auf immer kommen da die ganzen Haare da in die Fresse. Du denkst dir, Alter. Ja, bei mir ist das Problem, wenn wir kuscheln oder ich die Haare ins Gesicht kriegen, mit meiner Brille, die ist gleich komplett fettig, Alter. Du sollst immer die Haare, weil... Nee, nee, die muss man die Woche, sondern fettig, also so ne feuchten Haare. Die haben doch andere Haare als wir immer. Die haben doch andere, Alter. Ja, ist doch so, sagt jeder auch immer. Was gehen die kaputtchen? Was? 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 Andere Hautgeber. Alles klar, Diggi? Ist so. Ist so. Hat der nicht gesagt. Kappa. Ist da. Ist da, Diggi, ist so. Kappa. Kappa, Diggi, Kappa. Ja, stimmt. Junge, Auge machen hab ich hier. Wir haben doch lange kein Auge mehr gemacht zusammen, Alter. Ey, doch, Alter. Mit der M24, mit Scheiderm und so. Da. Ah, die Gegner haben Auge gemacht. Weißt du, deswegen bin ich gestorben. Ich hab dir Auge gemacht, Alter. Den richtig Auge gemacht. Ich mein, ich geh mal hin. Kleine Dorf weiter. Ne, ich glaub da ist einer gelandet. Ne, da landet einer vor uns. Wo denn? Bin ich ja durch, Jörg? Ne, vorne. Bei der Kirsche und so. Ich bin ja nur eh ein Haus weiter als Morat. Achso. Ne, passt. Scheisse, was für immer. Na, Pistole? Ja, Pistole? Hä, ich hab' nicht. Hä, ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Scheisse, wo's die Pistole hin? Ah, kein Sprit mehr. Nee, kein Lenz mehr. Ah, keine Waffe. Ach, weißt du, ich weiß nicht. nur aufsätze und wenn du brauchst du wachst du schon wieder kommst du hier war doch nicht gut ja nicht mal platz für die munition alter so behindert ich bin euch jetzt bei dir ja oh nein mal kann ich irgendwie 16 aber immer noch kein links oder immer noch kein rucksack oder so oder eine brauche ich habe zwei ich habe mit schrot und der ding sollte und kannst du die 36 nehmen ja das war das ja Wir sind in Zone. Komm, Digga. Oh ja. Ich fand Zone. Ja. Otto? Von vorne? Ne von links? Von rechts? Ja, oder? Aber dort. Das ist mal der beste, Digga. Ich hab nur einen Helm, oder? Ich hab nur einen Helm, oder? Ich hab nur einen Deckel hier. Ich hab nur einen Helm. 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 Autoh? Welches Übertrag? Oh, ich hab das. Ah da, oh, da fährt er da doch. Aber krieg nicht. Scheint dann für eine DM mehr oder SR, ja. Ja, gib ja, ich hab den. Entschuldigung. Also Kompensator brauchst du da nicht, wa? Ne. Hast du noch ein Visier? Ne, boah. Ne, Visier halt gar nicht, hab's ja noch. Schass. Was? Ja, da fährt er jetzt hin. Ja, er fährt jetzt da hin. Was ist der denn da, Alter? Ich hab ja ne Ahnung, ist der ein Nieder? Ja. Ich hab's noch. Scheiße. Komm mal auf mich hin. Ja, der wird beschossen. Oh, der ist explodiert auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn der Vector? Wie ist denn der Vector? Ja. Wie ist denn der Vector? Ja. Wie ist denn der Vector? Ja. Ich hab zwei Wissen da, ne? Ich guck mal hier bei der Armehäuser. Ah ne, zwei Wissen brauch ich nicht mehr, ich hab ne Dreier. Abgehoben, ey. Aber so wertvollen, ey, der. Ich hab drei Holzsackspot... Hehehehe, Fiechser. Tolletopfen, ich mal voll selber mit. Ja. Auf wen? Ja, der ist ja nicht so... Boah, wo haben wir sie denn? Mein G36! Siiiiihihi! Warte mal, da kriegst du auch die Dings gegen die G36, Alter. Ein Mini. Hab ich schon. Ja. Und zwei Helm. Ne, Mekona. Ach so, für den G36, ähm... Ehm... 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 Vertikal. Ehm... Das hat nicht viel besser als jetzt, ne? Oh, keine Ahnung, oder? Ne... Hat er corenutet. Ehm... Ach komm weiter. Ehm... Komm weiter! Ehm... Es geht gerade wo die Bull geworden ist! Noi... Wo wurde der Erdruhert landet Links Mal versuchen, Alter Das ist ein kleines Stückchen Ich bin gespannt Ob wir den kriegen Das ist schon ne Fuck-Aktion, ja Wer ne Assi, der Bär treuhaare Aktion, definitiv Die töten wir nicht gleich sofort in deine Kiste, sondern wir lassen die noch schön ausrüsten, dass sie sich denken, hä, gib mal mal den Karten und dann Bump tut Wir müssen uns beeilen, Alter, weil es kann sein, dass das schon welche sind Ja, wo ist die denn? Die ist direkt bei uns Die ist auch direkt bei uns schlupiert Ah, ja Vielleicht bei uns Ist da so ein Stein Willst du erst? Ich warte, ja Ja, okay Kannst du spotten nebenbei Probiert Gib mich mal hier hin Genau am Stein, Alter Oh geil Da machen wir halt, du abgibst das oder hinlegst Ja Na Für die Falle kannst du nur 3er was haben Schnell herkommen Nein, vor, da vor Ich hab's hier grad Ich hab's hier grad Ich hab's hier grad Übel Obwohl die Waffen, also wenn man dich dann sieht, dann sieht man, Alter, dann für die schwarze Waffen, also voll lang und groß Ha 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 Ein dicker Schwanz, aber Wenn du jetzt nicht dran denkst, Alter, los einfach vorbei, so zack Ja Ich brauch ein Visier, Alter Wenn du... Was war denn da drinnen jetzt? Äh... Die... Die... MK14 Halbautomatischer Da war noch ein Schalldämpfer drinnen Bedeke, warte, ich spring hier drin Also du kannst denn äh... Den anderen Schalldämpfer haben, wenn du willst Ich hab jetzt 2 Weil für was denn? Ach, wenn du im Kaff... Hier ist noch Munition für dich? Ja, für die MK14 Ja, für die MK14 Äh... Oder... Für die Mini, falls du ne Minis Die Mini... Die Mini genommen hast Diese kann nicht Und die Mini hast du jetzt nicht genommen, weil... Weil... Ich hab zwei Wochen auf meiner... Die werde ich auf meiner 5-5er gehen, weißt du? Achso... Ja, hier oben liegt die noch 5-5-6er Aber ich kann ja schon mal hier gewappen, erstmal... Den... Schalldämpfer Ja, weg hier Spass da Inzun Ohl, kommt jeder Ja, komm runter Wo? Der ist draußen Ich bin längst von dir, ja? Scheiße, es geht besser 4-7-6-2, aber ist ja erstmal egal Bist du raus? Nee Bin grad raus Na klar Ihr seid jetzt frei Guck mal hinter uns hier Also an der Halle, wo wir grad gekommen sind Weißt du auch nicht? Ich glaub der ist entweder oben Oder an der anderen Hütte hier grad Nee, 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 drin ist er nicht Er ist rechts Weike Ich hab ein Laser davon Oh, das ist gut Ist recht Ich weiß ja, was ich hier drinnen Ich hab ich gesagt Hier in der anderen Hütte grad, ja? Da raus kurz klingst Hm Ah, wird beschaffen Ah, wird beschaffen Oh, fuck Ist er oben? Ich weiß es grad nicht Ich war grad am Fenster Warte mal Ich heil mich mal schnell Mach mal Ich kam nur von rechts von dir Wenn du aus die Halle jetzt guckst Ah, ich sehn Ja, kann man sehen Der ist da oben auf dem Komische Häuschen Ach, da oben? Ja, er ist an der Treppe grad gewesen Warte, ich sag mal, dass ich im Molotov bin Ah, zwei Stück Zwei Stück Oh, fuck, oh, fuck Zwei Stück, ja Die sind hinter dem Ding Hinter dem Ding? Guck ich jetzt nicht raus Die zoomen mich an grad beide Also die zoomen auf mich Ihr guckt jetzt nicht raus Oh, der hat mich Nein Seht ihr? Ja Der ist sicher Ja, du siehst doch das Ich liege Idiot Fragst du sicher, Alter Ja, er kommt Du fragst, Alter, hast du grad echt sicher gefragt? Ja, ja, ich hab auch ehrlich gesagt Echt Warte, Alter Ich bin tot Sicher? Sicher? Guck nochmal nach, Alter Ich geh nochmal pissen, Alter Scheiße Sicher? Ja, geil Ja Teach Ja Nee 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 Vielen Dank. Oh, geht nicht los, Alter. Hi. Die Scheiße macht voll süchtig hier, wie gerade. Ja, das ist PUBG, Digga. Da ist PUBG. Ich muss sagen, das ist irgendwie cool als auf der Exe. Ich bin nicht verwunden, aber... Das ist eigentlich genauso wie auf der Exe, Digga. Ja, deswegen ja. Irgendwie, wenn der zu Playstation schon von oben irgendwie... Ich muss dir zu sagen, wenn ich ehrlich bin, aber... Spass, Alter. Einfach runter. Einfach runter. Ich habe eine Playstation und eine X-Boss. Ich habe Brust und einen Schwanz. Ich habe Brust und einen Schwanz. Was ist das für ein Vergleich, Digga? Was ist das für ein Vergleich, Alter? Wie kommst du da? Was ist... Was ist der Schwanz von beiden? Was sind die Titten? Na, aber ab. Die X-Boss ist der dicke, harte Schwanz, der dich... Digga, du hast noch nicht mehr die Xbox One X, Alter. Also, sehen wir mal, wo ich hier ist, man. Wer ist da? Deine, deine... X... X-Boss... Was? Nicht? Nicht? Schwanz... So ein harter Hund wie ich, gell? Bist du im Rucksack? Ey, das ist von der Weste, ey. Ja, schieß nicht mit meiner Ozie und nimm mir einfach deine Weste. Digga, ich habe die Thompson, Alter. Was ist das? Vielfalt, komm. Ey, ey, ey. Was? Hier, komm her. Der ist da, der braucht doch noch nie. Ja, mach halt, du. Gleich, Alter. Vertraue mir. Beispattlich. Ich weiß nicht, was ich sage, also vertraue mir. Wir sind noch zwei, ja, bester. Äh, 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 ja, 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 guck mal da unten weiter, bitte. Nein. Hier oben ist nix. Nein, nein. Aber ich habe mal wirklich nix. Spass. Schnapp doch mal. Komm, 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 Alter. Was ist das Laufen, Junge? Schieß mir da den Weg rum. Ich bin 30, Junge, ich knall dich weg, Junge. Na und, der Kapte M16? Nächste von ihm. Und 30, Junge. Oh, der ist er. Aha, haha, Mann. Mann, das ist einfach. Digga, wie viele Dingsbums-Scheiße ihr da klappt schafft. Übel krass, wa? Ja, aus so vielen Kallikern schon fast wieder eine neue Waffe bauen. Ja, haha. Oh, was kommt so man hier, Alter? Das ist ganz gut. Hast du das gerade gesagt, oder? Habt ihr gerade gedacht? Na ja, oben war noch die Wester. Doch, hier unten, doch hier unten. Oder unten? Wer sagt unten? Oh, wo ist er aufsch... Alter! Digga, der Airdrop ist direkt vor uns. Ja, dann hol uns hin. Alter, aber... Direkt vor uns. Ja, ich geh da gerade hin. Direkt vor uns. Ja, noch mal noch ein paar Meter. Ein paar Meter, Digga? Ich geh gleich hinter der Scheune, Alter. Ich fette ihn auf den Kopf, geh da weg, Junge! Niemand, 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 das ist meiner. Niemals! 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 Doch, Digga. Der ist ja hier vorne. Seika. Tut mir leid, kann jetzt nicht stumm stellen. Ich pass. Aber der ladet richtig Kack auf der Straße. Der kann aber klären. Das war echt hier. Oh. Doch was für Mädchen. Ne. Digga. Digga. Komm darfst du dann immer an die Scheißkiste, ich darf gar nie ran. Das darfst an die nächste. Digga, die landet vor uns. Ne, ne, die kriegen wir nicht hin. Ne, ne, die ist so weit weg. Schau mal nicht. Wir laufen weiter. Genau. Ne, ne, das sind bestimmt überall Gegner. Komm. Machen wir nicht. Pro 556 am Muni, Alter. Weil da war nur die Augen drin jetzt. Du brauchst, Alter. Du brauchst, was ist das denn? Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ich hab'n Dreier. Ja, so mach' ich jetzt auf meine Unten. Auf den, Uzi? Alter, ich dachte, ich wäre da gerade. Wir gehen nur in die Tränen. Geil. Ja, gut Detail, wa? Ja. Das ist ja gut, nur Dreierwester. Ich hab' immer 76 Boomstar Muni. Und da, für dich, hast du sie in die Tränen. Oder das ist da? Okay, Alter. Komm mal rein, hier in den Dark Room. Nein, warte. Okay, Alter. Meine Skorpion hat es voll aufgerüstet. Also hier sind 3 Rucksack, Digga. ich werde ja voll vorbeirand alter hier in der küche ist muni ja warte was das sein soll oh digga ein paar offsets oder so alter harte wasser unten in der küche war das wasser oh ein km ja hier ist ein km oh die 30 schuss oder boah das bist du ich guck grad durch meinen 3er scope alter ich hab ihn ich hab ihn scheiße einfach so pfeifen weglaufen alter so ich hab nichts gesehen wo kam der schuss her scheiße scheiße du bist beschossen digga auto kein auto kein auto der kommt hierher oder nicht nicht ja weiter hin ich sehe ne fährt weiter straße ja zwei autos warte warte ne 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 힘 weil wir probieren versuch das du kannst du versuch ja Ja, wenn du das schon so sagst, dann lass ich's lieber machen. Ja, weil du hast gerade gesehen, dass da zwei Autos vorweg gefahren sind. Oh, ein Viererskop. Oh, da mach ich mich selber die Tür zu, Idiot. Was ist das denn? Und was? Leul, da hängt einfach mal so ein Dings. Was? Da hängt einfach mal so ein Dings durch die Wand. Ja, was denn? Äh, ein Rucksack. Eine Wand. Eine Wand? Ja. Hier liegt ein Wand-Polze übrigens. Hab ich schon. Das ist ein Mündungsdämpfer, wenn du da haben willst. Er ist rechts oder? Muss mal kicken, wo die jetzt... ...gefallen sind. Ich weiß gar nicht so viel Rundpult, die sind hier rüber. Ich bin bescheuert. Da oben ist der Airdrop gelandet. Hm. Da steht ein Auto. Ja, ja, ja. Ne, brauchen wir jetzt ja nicht kicken. Okay, okay. Hab. Versuch. Da, wo das Auto steht. Wo denn? Ab da. Ja. Und jetzt sage ich, geh weiter rechts lang, Alter. Komm mal hin. Ah, das steht bei der Autos sogar. Weg sein. Hä? Da können wir ja nicht weit weg sein. Ah, ne, wir werden ja gerade im Dorf. Ah, da läuft einer. Dorf. Da läuft einer. Hinter der. Äh, 19. 19. Äh, hinter der. Diese türkise Haus. Längelig gezogen. Ist ja gelaufen. Äh, läuft gerade der zweite Uhr. Ach, da, ja. Einer ist rechts, einer ist links. Es gehen beide rechts. Kann ich nicht machen, Alter. Ne, kann ich auch nicht machen. Das ist im Hauskreuz, da. Ja, ich bin hier im Haus. Ich bin hier im Haus. Okay, rechts nimm dir. Perfekt, Digga. Was ist denn? SKS. Jawoll, äh, endlich. Endlich mal arbeit. 16. Was hast du denn? Ein 16? 16. Oh, der Buch hat er hingelegt. Pff. Firasome etwa, äh, 1. Ich hab'n Firaskop. Ja. Ist noch Munition? Schüsse? Schüsse? Und? Ich weiß nicht. Ich hab' das geboten. Schüsse? Ja. Da hörst du dich irgendwie von links. Links nach rechts. Jeder hat einen Scheidebruch auf jeden Fall. Patronengrund, brauchst du den? Nö. Firasome? Brauchst du auch mit Barsteigrück? Nö, hab ich schon. Ich puff auf den Fall links. Passa? Ich bin hier drauf gerade. Gehen Sie raus? Gehen Sie weiter? Gut, hier war eine Stonne. Ist in die Zone gerade, na gut. Den 6 war ja nun nicht gleich für dich. Ah, hab ich genug. Gehen Sie mal hier noch ein Stück vor. Mehr kann ich gar nicht aufnehmen. Kann ich keine Munition mehr aufnehmen. Ich bin voll, Alter. Ich bin voll. Sofofofa geschlafen, ey. Ja, ja, ja. Machst du ja durch bestimmt, oder? Ja, bestimmt. Sofofa geschlafen. Weibe auch um 8 Stunden, oder? Dass Sie hier mal balern können. He he. Ja, ja, wir sind voll high, aber ich denke mir so, ne, wir gehen nach der 100 mal so langsam ins Ketsche. Dass ich morgen fit bin, früh, wenn man vielleicht 18 Tag durchbalern kann. Ist es? He he. He he he. He 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 he. He he he. Geil Auf Sonntag Dezackt auf Sonntag Das schöne Zeug, ich hab noch Bierchen Jetzt hab ich bestellt abends, Junge Ey, gestern das Spiel mit Hertha, Alter Ohne Witz, man, der Schiezi Wie stand's denn? 2-2 Unentschieden 3-2 Unentschieden? Nein, 2-2 Unentschieden gegen Schalke Ja Besser als zu verlieren Ja, ne, Punkt ist Punkt, Digga Besser als Sarkim Na, einen Punkt gibt's dann, oder? Genau, Sieg 3 Punkte Unentschieden 1 Punkt Und Niederlage 0 Verloren 0 Der Ding ist ja besser als Niederlage Auf jeden Fall Ja, vor der Gertha hat er noch aufgeholt Schalke lag in Führung Mit 1-0 Dann kam Hertha Mit 1-1 Dann kam der 2-0 von Schalke Und dann kurz vor der Halbzeit Vom Halbzeitpfiff Äh, hat Hertha noch der 2-2 geschossen, Alter Yeah Richtig gut, aber Ey, auch der Schiedsrichtermann Boah, was Ein Hurensohn vom Schiedsrichter, ey Ohne Witz Richtiger Hurensohn Das haben sogar die Kommentatoren gesagt, dass Der Schiedsrichter da in dem Moment, ey Wirklich... Ja Das heißt, dass er fehl am Platz ist Ohne Witz Krass Wird da angespielt, Alter Und leitet dadurch einen Gegenangriff Von den Schalkern ein Zwei Mal Wo sich sogar der Trainer Übrüllt hat Und aufgeregt hat Pfff Was jetzt sein Was passiert dann überhaupt Was passiert dann überhaupt Wenn ich jetzt Auf dem Spielfeld bin Und den Schierer ausersehen anschieße Jetzt nicht umschieße Aber anschieße Nix Der Schiedsrichter Wird kurz abgefressen Und dann... Ne, der geht weiter Okay Das ist es ja Der Schiedsrichter wurde ja Zwei Mal angeschossen Das hat Bande genutzt Und kann raus, was ich so eine halbe Flanke Quell über das Spielfeld gemacht Hat keiner gesehen Weil der Schiedsrichter Muss ja halt normalerweise ausweichen Den Ball Er muss ja immer gucken, wo der Ball ist Und muss ausweichen Und das hat der in dem Moment Zwei Mal nicht gemacht Was beinah zu einem Gegentor Pass Alter Ohne Witz Stell mal vor Das Schiri steht grad irgendwie Und dann läuft so beschissen Dass er bei so dämlich gehen kommt Dass er in so ein Winkel abbreit Also Ja Aber manchmal reicht er So ein halber Meter oder so Und dann beim Tor Ja Ich denk so Fick dich alter Ne, glaub das wäre ein unreguläres Tor sogar Wenn der Schiedsrichter Das Persönlichkeit schießt Wenn aber Der Ball abbreit Denn an den Schalker Spieler kommt Der Tor schießt Der Tor schießt Die nächste 3 Sekunden Brauchen Ach Ich verstehe Also wenn ich den jetzt richtig verstanden habe Wenn zum Beispiel der Schiri sagt Das Wiss ich Oder Wie soll ich sagen Ähm Ja Dazu ist ja Und dann Die das dann wirklich machen Ja Dazu ist ja der Videobeweis da Es soll Sobald eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter ist Greift der Videobeweis ein Dann geht der Schiedsrichter an den Seitenrand Da ist dann noch so ein Display Was man mal die Spielszene nochmal so zeigt Aus verschiedenen Winkeln Und dann kann er entscheiden Es sind aber nur bei Die größten Heikelsten Situationen sollte der Videobeweis Einfach so im Strafraum Oder wenn Richtig faul ist und so Jetzt nicht bei irgendwelchen Schwalben Oder wenn ihn eine Schwalbe macht zum Beispiel Also sich fallen lässt Obwohl kein Körperkontakt entstanden ist Aber der Ja ich weiß ja Das weiß ich was das Ja Aber Videobeweis Manchmal Pfeift der Videobeweis Funkt dazwischen Da ist dann überhaupt nichts Und das wird dann Endeffekt gefeffen oder so Und Dann entsteht Tumult Immer auf dem Feld Und auch keine Ahnung Das war Gestern auch Gestern hätten sich Selke glaube ich Fast mit einem Schalker geschlagen Das weiß ich nicht Selke Tonugarriga Hat sich letztens auch fast geprügelt Alter Von her Richtig geil Aber die Don't Play Felsen ist Sport Das ist Fair Play Ja aber irgendwann Ist ja auch bei Fair Play Die Grenze gesetzt Wenn Gegenüber Also viele Sportler Trägt das Gefühl Ja Gegenüber irgendwo Von Schösser Zu hören Wo? Gegenüber? Ja irgendwie Gegenüber Alter Man sieht wirklich nur deine scheiß zwei Waffen Jetzt weiß hättest alter Ja War unsichtbar Bei denen geht das jetzt so geil Bei den Weißen Du kannst einfach so mitten im Schnee liegen Hehehe Spass Du hast dir noch mal übelst oft Alter Übelst oft Alter Ich glaub Du hast jetzt eigentlich jede Runde Außer die davor Ne Die letzten zwei Runden hatte ich nur Achso Und davor die eine Runde Da hab ich mir den von den Typen da geklaut Abgeknatterst Ja genau Ja das ist aber trotzdem Ja Spass Au Irgendwie haben wir hier jetzt noch nicht viel gesehen Was? Der ist nicht so schlimm Der Angst dass hinter mir welche kommen Sag mal Kann man sich Battlefield Für die Playstation So gesagt Über das Internet bestellen Also wenn ich jetzt morgen Im Internet auf irgendeine Seite gehe Und mir so Keine Ahnung Battlefield 5 Code kaufe Per E-Mail Und das über die Playstation runterlade Funktioniert das? Oder geht das über Computer? Also für Computer Wie so eine Case Willst du wie ich meine? Und Download Ich glaub nur PC Case funktionieren Ja Also Über PC PC eben genau Ja Du hast den Club Du kannst doch nicht mein Key kaufen Für Wenn du UFO bestellst Geht glaub ich nicht Das ist eigentlich nur Steam Oder so Also halt PC Steam Weil für Xbox Ah links 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 von dir Links von dir Direkt links gleich Ach da ja Schießen oder warten Ja später noch Ja Den linken Ja ok Hit 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 Hehe Zweiter ist auch down Ja Zweiter ist down Das hab ich gesehen Oh längste Schüsse auf jeden Fall Guck Ah ich hab ihn Ja Alter das war ein kompletter Headshot Nur wirklich Sack Ein Schuss Ja von links Und der andere ist down War? Ja die beide tot Ja Ja Hinter uns Wo? Ja bei mir Zehn Schießen Ne warte Das laufen noch oder? Ja wenn er bei dir kommt Ja wir müssen zuhne oder? Wo ist denn der? Ja Warte mal Warte mal geh mal im Hausland Fahr mit Da kommen wir Nach ein bisschen Er müsste hier gleich links rauskommen Ja da kommt er Ja Hab ihn Was? Sofort down gewesen Ja komm Äh tot Anni ich muss nicht hier mit den WG erstmal aufkriegen Hab schon wieder ein Dings Des Teufels gehilfe Oh Hier Junge Ja geil Junge Können auch um die Zwilloten Ich weiß jetzt nicht ob da im Haus einer war Ja ich hab keine Ahnung 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 Ja so um sieb 6er 6er Was sagst du mit sieb 6er moni alter Oh ja Ja hol ich mal packen 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 AKM Ich hab halt meine Waffen so jetzt einfach Digga Ich geh auch oder? Ich mach jetzt keine Änderung Das ist mir grad Ich hab grad Ich hab auch nicht Ich nehmen aber noch eine Granate mit und Schmerz mit ey Ich hab genug Schuss am Start Ich geh mal schnell Schmerz mit ey Aber einer bleibt den Molotow in der Splitter hab ich Hat der so? Einer hinterm Steingammel sollte Da werfe ich einfach alle 3 Guck mal rein Ey der hat eigentlich auch so Nischt Gut Wir müssen zohne Digga Ja warte ich gleich durch Ja I'm ready Schüsse rechts Äh Oh da die AVM Digga Uuu the God Die Tödtig mit Molotow Ja Ich kred Was hier links auf? Ja Holt her Du rechts? Ich geh links gerade Und kuck rechts Du rechts kurs habe ich gefragt Ja ja Ich glaube, wenn er direkt hinter dir ist, nur weiter links Guck gerade Ich sehe auf jeden Fall noch keinen Die Tünen sind auch alle zu Oh scheiß Position Ja, richtig Da haben wir nicht so viel Platz bis die Zonen kommen Können wir mich hier hinlegen? Ich muss weiter nach vorne, Alter Weiß nicht, Alter Oh, links, links, links Gar nichts sehen Schieß doch nicht Fuck, Alter, fuck Ich hab zu hochgezieht Ich hab Granate Ah, ich bin down Fuck, wo ist meine Granate hin? Hä? Alter, weißt du, wo ich die Was? Nein! Was? Was? Alter, kann ich den Kann ich jetzt hier irgendwie klippen, Alter? Weißt du, wo die Granate gerade lag, Alter? Die lag 10 Meter vor mir rechts, Alter Ich bin ein bisschen gestorben Das ist meine oder deine? Nee, kommt drauf an, wie du wirfst Du fährst, wie du wirst Ich hab das dein oder meine war Ich hab das dein oder meine war Ich kann auch eine Granate werfen mit down Die kann auch meine sein Nee, rechts lag ne Granate Ich weiß nicht, ob das deine war Boah So ne Splitter Ja Na, ich fass Ja, ich bin ja von Indy Storben Also stand da Das ist dein Name Storben Na, also ich hab mich bisher nicht gestorben Also ich hab kein Team Kö Oh, da wird's nur ne Runde Was? Das ist doch ne Runde Was? 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 Erstmal sehen wir die ganze Runde Ich hab zu lange rufiziert, Alter Ich hab geschossen Und in dem Moment hat er mich angeschossen Das ist meine Alter, die Waffe ist ja so nach oben gezogen Welcher hat das denn? 436 Was für Griff? So nen kurzen Den kleinen kurzen Also nicht den normalen Sondern den neun davon Sag ich jetzt mal Ne neun nicht Der vertikale Na die gab's schon bei Na die gab's schon seit Anfang an Digga Vertikal Griff Na nicht ne Runde davon Da gibt's so nen kurzen davon Irgendwie Ja, das ist der vertikal Griff Ok Der Runde der ist anders Aber der ist hier irgendwie im Spiel gar nicht Also jedenfalls nicht Weil wir kennen die Ich hab die noch nicht gefunden In der Beta damals war das ein Brinner Naja, alter Ich hatte die auch, alter Weißt du Und der Typ hat übergeschluckt Und ich hab Voll wenig geschluckt Also mich hat er schneller dunkel gekriegt Wie du mal so viel schluckst? Ja So privat Ne das nicht Da bin ich nicht zu der Schluchspecht Da bist du eher der Du bist eher so der Bürger Ich bin der Gierige Du bist 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 der Gierige Da vorne ist ne Kreuzung Da vorne ist ne Kreuzung Und da ist schon raus Johan Ja 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 hinter der Mine Ich seh ja Ich seh Da wo wir glaube ich Vorhin schon gelandet sind Davor die Runde Mhm Ich seh ich komm Ich krieg diese Runde kein Keine Kiste Ne auch nicht Ja wenn mir in Fickmeter ne Kiste war Bist du doch Manchmal ist es auch lustig Oder manchmal ist es mir auch aufgefallen Dass ne Kiste liegt Da links von uns sind welche Aber weit weg Und wenn wir nach rechts laufen sollten Recht Ja aufm Berg war Mir ist manchmal aufgefallen Dass Meine Kiste liegt Und manchmal trotzdem mal rangehen sollte Weil Ne und wieder sind die nicht gelootet Weil viele denken dass die denn gelootet schon ist Und gehen halt nicht mehr ran Genau Oder einfach Einfach Wirklich komplett geile Waffen hatten Und sagen Ja Jut Geht er nicht Geht er nicht Also geht er schon nicht Alter Wenn einer schon die AWM drin hat Weißt du Da sind wir doch die AWM Obwohl Ja da gibt es auch nicht Das ist nur die Grenzschuss Aber vielleicht Vielleicht kommt der mit dem Scheißding nicht klar Oder Boah damit nicht klar kommt Das ist geistig behindert eigentlich Finde ich Weil Die ist eigentlich Mit der einfachste Waffe Klar zu kommen Finde ich sogar Ich kattet die noch nicht Also ich hab AKM und Dings Alter Die M16 Ich hab die Thompson Und Eine 2er Weste noch Eine 16 Eine 1er Weste hab ich noch Ich guck gerade hier Ahahahahaha Ich lasse mal spielen Ah eine 2er Weste liegt hier auch rum Gut Gut Ich glaub ich gerne die Thompson Ich mach mal die Thompson ein Alter Aber Aber Alleine wie der eine wiederbelebt wurde Der stand ja sofort wieder Achso Das ist das Verrichtung Der stand irgendwie Achso Stimmt 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 wenn ich nicht da so schnell weggeknallt hab Ja Stimmt Alter Da stand ja wirklich Da stand auch immer bumm Ich hab steil wieder Zack gerade und er glaub auf mich Also sah so aus als wenn er auf mich visiert hätte Ja Vielleicht dachte er sich auch Mein teammate holt mich wieder nicht Und Mal kurz Sah schon Sah schon ganz lustig aus gerade einer auf jeden Fall Sah schon ganz lustig aus gerade einer auf jeden Fall 2 Grad Ja ich hab mich gehört Ich bin da straight in der Zoo Alter in der Show ja Nice ja Bin ich denn heute geistig behindert? Äh Bin ich denn heute geistig behindert? Bin ich mit 2 Vers einfach Ich hab einfach 2 Vers verdienen lassen Das ist doch ok Ich dachte du Hä Ich dachte du hast die irgendwie eingesteckt Ja da hat sich auch einer Ich bin überall los und hab in 4 gedrückt Was ist da los mit dir? Was ist da los mit dir? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn das grad für ein Bug? Was war denn das grad für ein Bug? Der hat mir grad bei meiner UC0 Munition gezeigt Null Schuss im Magazin, null Munition Ja auch nur einer Wie oft die scheiß UC0 liegt alter Ja das ist grade übertrieben Die Runde davor alter Ja Ich hab mir gespann vorher Mit dem Flugzeugblick Ah da ist gut UC 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 Und 2er Ja Ooooo Ooooo Ich leg nur 2er Vers 3er Helm Kommt der anher Ah moin Digga Ich hab nur 3er Vers Pfff Keppler Ah der hat überhaupt irgendwo weiter Nordosten irgendwo ganz ganz weit hinten Alter Wir werden da gehen oder? Ja ja wir werden da gehen oder? Ja ja wir werden da Ach da bist du Ah dann spring doch hier runter Spass Ist ne M16 für dich mit Muni Hab ich schon M16 Muni würd ich nehmen aber ich hab M16 und AKM schon Keiner Keiner Visier Koffe noch 3er Schuss Schon Schon wieder der Ba- Ach ne ach das ist die Pistole Achso Oh Hehehehe Spass Das soll wohl gar nicht R45 Schass mal auf die Kacht ne? Das ist mal ganz geil Thompson und so Wollt nicht Ein energy drink Auch ein energy drink Was hast du so? Hmm Na auch ein Schmerzmittel Verratete Möglichkeit Ist ein 2er Rucksack Nicht zu ich kann Ski voices Ja Ruh Alles eine Du kannst Die Werden Verkauf Gott ob ich schon doch schon drei hier ist nicht mehr nicht mehr drin das war der ich habe über 200 Schuss für die Utsuja da auch nur Schnellmagazin drin und Bindungsdampf vielleicht für die M6 oder 230 auch für die M6 ja das ist auch schön ja das sagt ihr das ist mal ne Sniperfändiger oh was liegt hier noch so rum ein 2er Scope, Kompensator, 2 Vester und Leidiani das sind voll seltene Karten, nein so scheiße ja, wird mir das auf Mennungsdampfer für dich verzwungen wird Mennungsdampfer verzwungen wird und ne Adrenalinssprutze oben bin ich jetzt zu decken, oh mann 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 oh Weike ohm ohm konnte ich nicht mal mitnehmen, bin voll ich liebe mich auch ich weiß scheiße du bist ohm Rest glaube ich das ist wie die Energie das ist wie gay los das komplett offütter den Leister das ist das Magaziner, oh nein Unendlich, oder? Das ist tolle Bulls auch nicht. Der hier hab ich erst einmal mitgekocht und reizig, ey, ey. Och, Uzi, Alter, drei Uzi's nebeneinander. Alles klar, Bruder. Kann man auch nicht. Ja, kann man ja, kann man mal machen was. Bin ich jetzt? Der Bull ist offen, er kann fliegen. Oh, doch nicht. Hey, Schmerz bitte. Oh, meine Bratvater. Ui, hey, gib dort Ui, hey. Oh, Skorpien. Kommt raus, Junge, Mann, komm raus. Schön, dass wir außerhalb der Zone rennen gleich. Ja, ja, wir zeigen die Zone. In die Zone, wir werden mal aus. Was kommt? Knoppen wir grad. Oh, da wollen wir denn schon. Ja, rechts zu der Hals einmal. Ja, ich hab echt nur eine Uzi mit. Und M16. Puh, ist das kacke, Ubi. M16 hat er wenigstens noch einen Schalldämpfer und noch einen 3er Scope, aber trotzdem. Wir sind los. Weil du da Sturmgewehr-Experte bist, wa? Ja. Vor dem Sturmgewehr. Oh, ich hab grad, sorry. Kommt nicht schwer halt. Herz mit die Ecke. Oder Topic gehört. Oh, jetzt legt die Schrotchen nach dem Eck, Idiot. Oh, tot bist du. Dann die Tür zu machen. Das fährt jetzt bis die Sturm dadurch, nur weil du die Schrot genommen hast. Das ist nicht schwer halt, alter. Haha. Er war einfach so tot. Einfach so. Wie denn Uzi? Was ist denn das? Ja, übelst für 9mm, Alter. Ich glaub, wenn man alle Zweike, wenn man das halt mitnehmen würde. Ich hab schon, Uzi. Oh. Ja. Ja. Und... Erdloch. Gern da mal hin. Das ist außerhalb der Zone, Alter. Sogar. Außerhalb? Ja, der landet außerhalb. Ungewöhnlich für die. Die ist ja noch drin. Ich glaube, hart an der Grenze. Nee. Die ist nicht hart. Die steht ja gerade, die Zone. Naja, aber trotzdem. Verdammte Grenze, guck. Ja, außerhalb der Neue jetzt her. Das ist klar. Jetzt außerhalb der Neuen, ja. Ich hab Angst. Ich auch. Aber die landet besser als davor. Hier ein bisschen. Oh, Liga. Ja. Oh, Schiss auf mich. Weiß ich nicht von wo. Ist die Deckung? Ja, ich geh in Deckung grad. Ja, geh mal in Deckung. Lieg hier. Bin in Deckung. Oh, Schiss. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Schiss auf mich. Uhu. Von wo? Von, ähm... 130 oder so. Oder geradezu auf jeden Fall. Oder mal. Alter, wo ist der? Blaue Haus da gegenüber vielleicht irgendwo? Ah, ne, ich sehn. Äh, Nord... Ach da, ich seh auch, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Läuft da im Haus. Ja, ganz links läuft auch einer. Äh, beide. Die stürmen grad zu dir. Ah, da. Jena, ist vorne. Vor mir. Guck mal, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll, Digga. Bin ich im Visier? Ja. Ja. Der inne war an der Kiste. Da kommt ein Granato. Da ist eine Kiste. Ah, da, da. Einer ist auch rechts. Einer ist auch 60. Ja, weiter hinten, wa? Ja, hier hinter dem Dinger. Warte, guck mal. Den einem wird aber gerade geschossen. Da ist er. Der inne ist an eine Kiste. Der läuft jetzt rechts lang. Kommt uns näher. Schießt du? Ja. Tod. Oh, erst muss er auf die andere drauf passen. Ah, schiss auf mich. Vorne? Weiß ich nicht. Vorne oder so. Da ist denn vorne. Wo du gerade umgebracht hast, oder? Ja. 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 Hast du auf den zweiten umgebracht, oder nur den einen? Ja, der eine war genockt, glaub ich. Glock nicht. Ja, wir müssen da in die Zone, Digga. Schau mal. Wer hat deine Granate? Dahin, wo du den umgebracht hast? Wascher? Ja, wascher. Hier sind Peter tot. Peter ist tot. Wir sind Peter tot. Ja. Peter ist tot. Peter ist tot. Der geht hinter den Stein. Mach das. Und der noch so. Ah, hier. Zack, zack, zack. Mach. Ach, ne, Dinger. Ja. Ja. Beide mich gerade. Ja, ich bring mir die Schalter einfach mit. Ich bring mir die Schalter einfach mit. Ja, schön. Ich muss mich aber gerade beeilen, Alter. Ich such gerade meine Teile, Alter. Ach, Mann, wo sind die denn? Hier. Ich muss die Schalter einfach mitnehmen. Ach, scheiß mal. Ach, warte. Ich bring die mit. Wenn's nur geht, werde ich hier eigentlich selber schneiden. Ja, mach, ich hab. Was noch für die Energie? Digga, komm. Mach. Hast du mit oder nicht? Ich hab mit. Na, mach. Die Schmeicheln zu mir, Alter. Ich muss mich hochheilen, Digga. Ich schoss noch mal. Oh, ich hab keinem Schuss. Es ist noch hinter uns. So ein bisschen, aber. Oder weiter ist das, einfach einen Schuss hängt nochmal nach dem. Ja. Haben die falsche Munin, auf meiner? Hier. Du machst den Schallämmer, und hier. Mein Schuss, Dinger. Oh, geiler, Alter. Okay, Digga. Komm. Jungs, vier Schuss. Schuss, Alter. dann müssen alle zu zonen awm mit schalldämpfer g36 mit schalldämpfer ich habe alle beiden waffen mit schalldämpfer ich habe einen akms mit schalldämpfer ich habe jetzt 294 schuss mit meiner akms schalldämpfer, also komplett voll in 2-zoom aber rechter das ist auf jeden Fall bei dir ich bin ein bursch ich bin ein bursch ich auch du bist ja fast rasend alter du hast unkraut weil krasse ist die goldne awm passt zur tarnowelle die goldne awm oh super alter und die ist gold digger ich habe nur eine rote waffe gesehen auf deinem rücken ne das ist die ja das ist die das ist äh holzgriff kopf meister ja das griff hier noch als kopf ja porsche kleiner geboren ja wir sollten die zone ich dachte fährt weiter oder weiter oder was ja ja wir sollten hier umso lang links umrand mhm aber wo kam der schuss alter der ist ja vorne an der mauer breit der schuss das sah so aus als ob der schuss mal vorne kam weil der typ hoch am arsch der welt dachte ich auch komm ich drück einfach mal auf mal gucken was passiert schnell weggerutscht oder hab ich nicht mehr hin aber wir grad hier am rasen lang alter ich glaube wir hier am rasen lang ja alter shit ist auch duft gerade ja ja wir müssen weiter links so sagen hier lege ich mich mal hin sagen hier lege ich mich mal hin ja da passt aber auf da bist du achso ne ne ich bin zu ich bin zu uffällig ne 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 was du es hörst dennoch so beschissen leider jetzt zeig ich sie da hinten einlaufen Südost Nummer 45, ganz drüben auf dem Berg wir müssen los hier ist echt doof hier runter, oh nein, oh nein, aua das tat ganz schlecht weh ja das tat weh ja scheiße, hier kommt ja schon die Schlanker ja ich fahre da zum Berg, ist hier da runter rechts rechts nehmen wir uns, wa? ja, ich seh grad, da fährt der ja wir fahren nicht, ina ist gelaufen boah, da ist grad nur so'n Schneemobil angedüst ja, da seh ich grad ja, südöstlich siehst du das in der Hütte? ja wo ist die Zone? hinter uns waren auch noch Wäsche merkt die Schüssel gut gedeutet hat ja 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 thanks tsch und na das ist ein sniper links links von uns nordosten diese nordosten 60 diese komische fernseh fernsehattender was in damit ja links damit meistens die ließe das da drüben ja ich habe mal angeteut als gut ich meine baum war kacke da die sträucher sind weg Ja, wir müssen zur Zone. Boah, da ist schon wieder Laufen, Alter. Ja. Nur zu den Pedern hin jetzt. Nein, ich seh den Pedern nicht. Komm los. Ich laufe. Au. Oh, ich werde es schaffen. Links, ja. Ja. Oh. Kann ich sehen. Mach mal weiter, ich... Ah, ich werde mich... Alter, fuck, ich bin fast down. Ich muss mich halt... Hit. Komm, der wird von gerade zu, oder? Ja, äh... Norden, 40. Die ganze Zone kommt. Ja, ja, das sind zwei, nehm ich. Oh, ich hab keine Lust mehr. Ich laufe hier gerade links rum, ja. Einer ist down. Ein Schuss, ich bin durch. AWM hat er, AWM. Ich bin down. Ich auch. Durch die Straße. Rechts, zack, weg. Da. Alter, wo ist die andere? Mach mal hin, mach alleine, lass mich ja verliegen. Zweiter Kill, der andere Typ ist gestorben. Guck rein, wo der ist, alter. Ja, da oben. Welche Unfall der Zone ist? Oh, von rechts irgendwo. Ja. Ah, da kann ich schon sein Leben. Wo ist er denn? In der Zone. Ah, ich bin durch die Zone gestorben. Geil. Doch, Alter. Da. Ich vermute schon fast, dass der hier irgendwo ist. War da, wo bin ich gestorben? Pst, pst, pst. Nee, der war oben, äh, rechts auf dem Baum. Äh, auf dem Hügel meine ich. Ach, der kann auch sein. Jaja. Aber es ist ein Typ, den eh Hiker gekillt, Alter. Der mit einem weißen Gilly sieht. Der andere wird es auch nicht geschafft haben durch die Zone. Weil die Zone ist direkt neben mir hier vorne. Alter, das wird jetzt schwer. Ach, der wird gleich Action nehmen. Vier Teams und ein Spieler. Ecke. Schlimmstenfalls. Und einer ist direkt vor mir im Haus drinne. Ja, direkt vor mir, Alter. Scheiße, Alter, wo ist er wieder hin? Und einer ist. Ja, direkt vor mir das in der Serie. die Oz astronomical ist. Deine sind aber auch nicht angregen. Ja. Wir sind gespannt, was das zum Mal. Geld hat und ich ziehe. Zwei der Zunge. Und dann wird das Ding. Drei werden. Und hier werden die Zunge, Das ist einfach mal der Zunge. Das ist ein guter Problem. Wir gehen dazu aus. Vielen Dank. Nein, wir müssen hier raus. Da ist einer. Was? Was war das denn? Digga, was war das denn? Das war ja richtig schlecht. Der hätte sterben müssen. Ah, fuck. Da hat sie Fiss als Trophäe bekommen. Keine Ahnung. Schade, Alter. Richtig schade. Wieso kann die vorbeiratschen? Übelst geil. Alle drei, Alter. Alle drei, zack, vorbei. Von dass der Inis gemerkt hat, dass ich seinen Typen da geholt habe. Ja. Ordentlich. Ordentlich, Digga. Ach. Jo, dann geh mal schlafen. Ja. 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 Ja.